Heute Abend gibt es zum Abendbrot 14 Cheeseburger. Ähm, wie bitte? Was für Cheeseburger gibt es? Brot 14 Cheeseburger. Ach so, 14 Cheeseburger meinst du? So, die Burger jetzt mal auspacken und draufpacken. Die Batterie ist jetzt fertig für die Mikrowelle. Ich hab mich immer schon gefragt, wer diese Dinger eigentlich kauft. Jeder, der schon mal einen davon gegessen hat, weiß, wie schlimm die schmecken. Die Mikrowelle, das Patzgrat, gehen hoch und hoch an. Und jetzt geht das Lot. Lässiges Glas auf jeden Fall. Das bringt mich gleich in Urlaubsstimmung. Die Hähnbirge sind fertig. Einmal nicht die Cheeseburger. Oh, und der kleine Snack für den kleinen Hunger ist auch schon fertig. Guten Appetit, Max. Lass dir dein 5-Sterne-Essen schmecken. Jetzt die Cheeseburger schmecken lassen. Hm. Entweder es schmeckt ihm wirklich oder er fängt gerade innerlich an zu weinen. Viel Spaß auf jeden Fall auf der Toilette. Viel Spaß auf jeden Fall auf der Toilette.